Simonetta Sommerruga im Interview, es könnte zu einem Flächenbrand kommen, der auf die Schweiz erfasst, die Bundesrätin sagt, was sie gegen steigende Energiepreise unternehmen will, weshalb sie in Bern gegen den Krieg demonstrierte und warum ihr Besuch beim ukrainischen Präsidenten gefährlich wurde. Mischa Aebi Dennis von Burg Bundesrätin Simonetta Sommerruga sorgt sich wegen der aktuell hohen Heiz- und Stromkosten, der Bundesrat kläre, ob es Unterstützung brauche, um Härtefälle abzufedern. Franziska Rotenblüder Diese Woche kündigte die Umweltministerin an, dass es einen Schutzschirm für die Schweizer Energieunternehmen brauche, weil es an den Strom- und Ölmärkten historisch nie dagewesene Turbulenzen gebe. Die Situation beschäftigt sie so, dass sie sich kurz vor Ostern noch Zeit nahm, um sich in einem Interview zu erklären.